Mose, erzähl mir vom Manne, dem Wandlungsreichen, dem oft es Abtrieb vom Wege seit Trojas heilige Burge verheert. Als bald kam Eos die herrlich Thronende, welche das Mädchen wie Nausicaa weckte, die schön gewandte, sogleich staunte sie über den Traum und trug aus der Kammer die schimmernde Wäsche. Lass, es ist Poseidon, oh Poseidon, er wird dich nicht vernichten, weil all sein ordentliches ist. Es ist ja nicht so. Halt, sag doch auch mal was! Da schlug auf ihn ein, eine große Boge von oben, stürmte gewaltig heran, dass das Floß wie ein Wirbel sich drehte. Fernab fielen ins Meer das Segeltuch und die Raben. Er schwamm den Boden ihm nach und bekam es zu fassen. Er sprang auf, packte sich zwei zugleich und schlug sie wie Welten zu Boden. Da rang aus auf den Grund das Gehirn und benetzte die Erde. Und falls sich irgendeiner Geklob der sterblichen Menschen fragen sollte nach deines Auges schwälicher Blendung, sag ihm Odysseus, der Städtezerstörer hab es geblendet. Martin Mäker spielt Odysseus und ihr seid meine Gefährten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Glenn khus comparatiert Guck 85